Du hast in Diablo 4 während der Höllenflut alle Mystery-Kisten geöffnet und es ist noch etwas Zeit verblieben. Du hast noch ein wenig Glut übrig und möchtest dir noch schnell die passende Kiste mit dem fehlenden Ausrüstungsteil holen, siehst aber auf der Karte nicht, welche Kiste in welche Kategorie fällt. Öffne das Spielmenü, geh in die Option, wähle den Punkt Grafik und stell die Schriftgröße auf klein. Nun siehst du auch auf der Karte, um welche Kategorie es sich bei den verschiedenen Kisten handelt und sparst Zeit beim Ablaufen der Karte. Weitere Tipps, Tricks und Informationen rund um Diablo 4 erhältst du mit einem Däumchen nach oben und einem beherzten Klick auf den Abo-Button.